Vielen Dank, dass ihr auf mein Video geklickt habt. Ihr seid beim Goldpriester gelandet. In diesem Video zeige ich euch, wie an der Mission Nichts steht geschrieben, Jungmännerarbeit, alle Feldernbücher und die Codex-Einträge bekommt. In der Kopfzeile in diesem Video findet ihr normale wichtigen Informationsziele und in der Beschreibung findet ihr nochmal die Directings zu den Feldernbüchern. Ab Minute, 4 Minuten und 10 geht's los. Viel Erfolg! Tja, du dachtest nicht, dass wir rechtzeitig hier sein würden, um dich zu stellen, oder? Lorenz von Arabien. Eigentlich hatte ich fest darauf gehofft. Hey, Lorenz! Das ist ja raffiniert. Nun wird der Jäger zum Gejagten. Also, wer bist du? Wirklich sehr amüsant, meine Liebe. Achmed. Amüsant? Gäbe es keine Männer wie sie, wäre ich frei. Frei also? Du bist frei, wenn du stirbst. Und ich verspreche dir, das Reich wird euch allen diese Freiheit schon sehr bald schenken. Während wir hier stehen, flügt deine Bestie durch die Wüste. Eure Freunde, Familien und Häuser ebenso vernichtet wie eure Schlupfwinkel. Bald könnt ihr nirgends mehr hin. Es ist vorbei! Bald ist alles, was ihr kennt. Und lebt. Nur noch Asche. Und dann habt ihr eure Freiheit. Und sterbt. Ihr Bestien! Sarah! Ich weiß, dass du dir nichts mehr wünschst, als diesem Mann die Haut von den Füßen abzuziehen und ihn nackt in die Wüste zu jagen, damit er krepiert. Bedenk es nochmal. Du hast recht. Es tut mir leid. Meine Freundin hier ist mitunter etwas schroff. Sie werden mir jetzt sagen, wie wir ihren Zug erreichen. Damit er uns in die Falle geht und zerstört werden kann. Unmöglich. Um überhaupt mit dem Zug kommunizieren zu können, bräuchtet ihr ein ganzes Buch voller geheimer Codes. Oh, sie meinen dieses hier. Ihr werdet den Fortschritt niemals aufhalten! Eines Tages wird die ganze Welt nach eurem Land und dem schwarzen Gold unter seinem Sand greifen. Warten wir es ab, mein Freund. Natürlich reichte die Beschaffung des Kotbuchs nicht aus. Um diesen eisernen Drachen zu zerstören, diesen Kanava, wie die Osmanen ihn nannten, mussten wir mit drei verschlüsselten Befehlen solche Gefechtsbereitschaften führen. Die Osmanen hatten entlang der Eisenbahnlinie mehrere Außenposten errichtet, deren Kommandeure Kapseln für vordringliche Nachrichten bei sich trugen. Wir mussten unsere Befehle in diesen Kapseln verschicken, da sie der Zug sonst nicht akzeptiert hätte. Es würde nicht leicht werden, das Dorf zu infiltrieren, nachdem sich dort eine Abteilung osmanischer Soldaten häuslich eingerichtet hatte. Die Osmanen haben einen abgelegenen Wüstenposten eingerichtet. Er ist nur leicht verteidigt, aber bestens mit Waffen und Fahrzeugen ausgestattet. Sie rechnen offenbar nicht mit einem Angriff. Die ganze Ausrüstung könnte nützlich sein, falls du sie verwenden möchtest. Die antiken Ruinen waren alles, was noch an eine längst vergessene Zivilisation erinnerte. Inzwischen hatte die moderne Welt des Osmanischen Reiches in Form von Panzerfahrzeugen und Feldgeschützen dort Einzug gehalten. Drei Kommandeure mussten eliminiert, drei persönliche Nachrichtenkapseln gestohlen und mit unseren falschen Befehlen auf die Reise geschickt werden. Wie Sarah diese gefährliche und tollkühne Mission meistern würde, blieb ihr überlassen. So, dann schauen wir uns mal die Missionsziele an. Fünf Feldhandbücher und vier Codex-Einträge. Bei den Codex-Einträgen geht es darum, die Offiziere einmal mit einem Karma-Verschlussgewehr zu töten, mit einem Nahkampf-Skill und mit einem Panzer. Ich habe mir da jetzt mal eine schöne Rude ausgedacht, dass wir gleich hintereinander die ganzen Codex-Einträge bekommen und die Feldhandbücher, ohne dass wir danach nochmal rein müssen. Die Beduinen schätzten ihre Pferde, da sie ihren Reitern eine beispiellose Schnelligkeit und Mobilität verliehen. So, hier unten in der Schlucht finden wir das erste Feldhandbuch. So, das zweite Feldhandbuch. Das dritte Feldhandbuch ist hier neben diesem Munitionslager zu finden. Das sieht man gut an den gekreuzten Schwertern. Und das dritte Feldhandbuch ist dann oben beim Wasserlager oben zu finden. So, dann reiten wir weiter bis zum Haus mit einer orangenen U-Randung. Und da geht da die Leiter hoch und da könnt ihr das Fernglas auspacken und da könnt ihr den ersten Offizier mal markieren. Die Offiziere werden immer mit einem kleinen Stern oben am Kopf angezeigt, wenn man die markiert hat mit Q oder mit einem Fernglas halt. So, da haben wir mit einem Kammerverschlussgewehr den ersten Codex-Eintrag freigeschaltet. Wer überhaupt nie weiß, was ein Kammerverschlussgewehr ist, das ist hier jeweils ein Gewehr, was nach jedem Schuss einzeln nachgeladen werden muss. Das ist hier jeweils ein Gewehr, was nach jedem Schuss einzeln nach. Das ist hier jeweils ein Gewehr, was nach jedem Schuss einzeln nach. Das ist hier jeweils ein Gewehr, was nach jedem Schuss einzeln nach. Das ist hier jeweils ein Gewehr, was nach jedem Schuss einzeln nach. Das ist hier jeweils ein Gewehr, was nach jedem Schuss einzeln nach. Das ist hier jeweils ein Gewehr, was nach jedem Schuss einzeln nach. Das ist hier jeweils ein Gewehr, was nach jedem Schuss einzeln nach. Das ist hier jeweils ein Gewehr, was nach jedem Schuss einzeln nach. Das ist hier jeweils ein Gewehr, was nach jedem Schuss einzeln nach. Das ist hier jeweils ein Gewehr, was nach jedem Schuss einzeln nach. Ich war hier etwas verpeilt, ich musste eigentlich noch zu den Offizieren die Brieftaupenhülse aufnehmen, aber das habe ich dann erst im Nachhinein festgestellt, das sehen wir auch gleich, weil die muss ja neu versendet werden mit den falschen Daten, ne. So wie dem auch sei, jetzt gehen wir erstmal das dritte Feldhandbuch einsammeln hier oben auf dem Turm. So hier habe ich dann irgendwie doch mitbekommen, dass da noch was leuchtet und das habe ich dann natürlich erst mir mal angeschaut und das war halt noch die Brieftaupenhülse, die ich noch einsammeln muss. Hier habe ich dann schon nach dem nächsten Feldhandbuch gesucht, aber das war erst beim nächsten. Abschnitt, da war ich etwas auseinandergekommen. Jetzt habe ich schon mitbekommen, dass hier irgendwas nicht gestimmt hat, aber erst beim Reiten ist mir dann aufgefallen, dass die Hülsen ja im Prinzip noch neu versendet werden müssen. Deswegen werde ich gleich auch mal nochmal eine Runde umdrehen und dann zurückgehen und die absenden, ne. So, hier habe ich dann den Geistesblitz bekommen und wollte die Brieftaupenhülse irgendwie manuell absenden, aber das hat ja nicht funktioniert. Ja, da brauche ich ja die Tauben dafür. Hier! Hier! Haun! Ziem, ich mag... Hier! Ja, hier! Wirklich? Herr! Herren! Das war's für heute. Ein einzelner Befehl würde nicht reichen. Gemäß dem osmanischen Protokoll musste er dem Zug in dreifacher Ausfertigung vorliegen, um gültig zu sein. So, die kleinen Vierecke werden auf der Minimap erst angezeigt, wenn ihr einen gewissen Radius erreicht habt. Aber ihr müsst euch schon so ein bisschen merken, wo die ganzen Lager hier sind, das sind ja wie gesagt eh nur 3 Stück. Hier am zweiten Lager bietet sich das an, links weg zu reiten und dann von der Seite an sich heranzuschleichen, aber das hat hier beim ersten Mal nicht funktioniert, wie ihr gleich sehen werdet. Hier gibt es, was mit einem Binnen zu gerät. Hier gibt es uns. Hier gibt es, was ihr mit einem? Geh! Hier gibt es. Geh! Ja, was du hier! Ich bin mir mit! Ich bin zu, sie ihn zu! Schick dort! Ich bin hier! Ja hab ich dann festgestellt, dass der Typ, den wir brauchen für einen Nahkampfskill in der Wand verbuggt ist und dass wir den gar nicht rauskriegen, aber die Sache hat sich gleich von Alena erledigt, weil die killen mich jetzt hier gleich und dann komme ich neu und dann ist der wieder neu da, also optimal gelaufen irgendwie Also nie, dass ich unbedingt sterben wollte, aber das hat sich durch Zufall ergeben, aber der Zufall hat mir dann geholfen, dass der Typ halt nicht mehr an der Wand rumpackt So der zweite Offizier ist normalerweise im Haus im ersten Stock oben anzutreffen Schön mit Kuh die Typen mal markieren, weil ich bin wie gesagt auch schwer und das macht schon ganz schön was aus Wenn man weiß, wo die gerade stehen Ich bin nehmt So, hier ist das vierte Feldhandbuch, wo ich das vorhin schon verwechselt hatte, das ist hier nämlich. Und dann fehlt nur noch eins, das ist hinten dann am Felsen, das zeige ich euch gleich. So, das war der Codex-Eintrag, wo wir den Offizier mit Nahkampf-Skill töten mussten. Es gibt im Prinzip noch einen Origin-Erfolg für die Map, da muss man die ganzen drei Offiziere, wie gesagt, mit Nahkampf-Skill töten. Aber das lässt sich ja im Prinzip mit diesen Codex-Einträgen, die wir jetzt hier machen, miteinander verbinden, da muss ich dann nochmal ein extra Video machen. So, das ist hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Ein einzelner Befehl würde nicht reichen. Gemäß dem osmanischen Protokoll musste er dem Zug in dreifacher Ausfertigung vorliegen, um gültig zu sein. Ich habe mich ja schon die ganze Zeit gewundert, wieso der Wagen noch rot markiert ist, aber wie wir sehen, wird sich das gleich herausstellen, wieso. Hier! So, hier haben wir das letzte Feldanbuch und wir werden gleichzeitig von hier oben noch diesen letzten Offizier mit dem Feldfernglas markieren. Und da werden wir gleichzeitig auch noch sehen, wo der Panzer steht, der steht ein bisschen links davon. Den brauchen wir halt dafür dann für den letzten Codex-Eintrag. Hier! 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 Ja, 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 ja. Wenn es euch geholfen hat bzw. euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder einen Kommentar. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, abonniert mich. Morgen bzw. so schnell wie möglich werde ich dann Teil 16 hochladen. Das ist dann die Endmission. Da bin ich dann selbst mal gespannt, weil ich die Singleplayer-Mission selbst noch nie zu Ende gespielt habe und die ganzen Endcut-Szenen noch nie gesehen habe. Das ist dann noch nie zu Ende gespielt. Was ist das? So, jetzt sehen wir nochmal die Komplettübersicht mit den ganzen erledigten Codex-Einträgen unter Beschreibung dazu. Bei den meisten Videos hier auf YouTube, da ist das irgendwie nicht integriert, die machen das meistens irgendwie nicht mit rein, aber finde ich halt viel besser, wenn das alles vollständig ist, dass man dann nicht noch ein weiteres Video anschauen muss. So, jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal. Die Strecke Das war Teil 15, so schnell wie möglich Teil 16. Beim Endcard ist links der Abo-Button, rechts oben das nächste Video unten drunter ist die komplette Playlist. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, guten Morgen, guten Mittag. Bis zum nächsten Mal, euer Goldpriester.